Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. In den vergangenen Wochen und Monaten war immer wieder die Rede von einer v-förmigen Erholung an den Aktienmärkten, also einem schnellen Kursanstieg auf Vorkrisenniveau. Trotz anfänglicher Zweifel an diesem Szenario erkennt man mittlerweile tatsächlich bei vielen wichtigen Aktienindizes einen v-förmigen Verlauf. Oft fehlen nur noch wenige Prozent bis zum Stand vor Corona. Doch was kommt dann? Kann die Geldflut der Notenbanken bisherige Maßstäbe weiterhin außer Kraft setzen und die Rallye einfach weiterlaufen lassen? Hierüber sprechen wir mit Andreas Hürkamp. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Gessloth. Sie leiten den Bereich Aktienstrategie hier bei der Commerzbank. Ein wichtiges Thema bei Ihnen sind immer die Unternehmensgewinne bzw. die Gewinnschätzungen. Wir laufen ja seit einiger Zeit die Aktienmärkte und die Unternehmensgewinne auseinander. Die Schere vergrößert sich. Hat sich das Bild geändert? Da haben Sie recht. Ich habe ja vier Faktoren und da spielen die Unternehmensgewinne einen ganz, ganz wichtigen Anteil. Und hier kann man ganz kurz sehen, das sind die Gewinnerwartungen für 2021. Also nicht das laufende Geschäftsjahr, sondern das nächste Geschäftsjahr. Und hier kann man ganz kurz sehen, wir Analysten machen ja Prognosen, dann gab es ja diesen Einbruch durch Corona. Wir haben die Gewinnerwartungen massiv reduziert und auch jetzt zuletzt beispielsweise beim Eurostoxx 50 gehen die Gewinnerwartungen weiter nach unten. Das ist ein relativ negativer Trend und deswegen bin ich auch relativ überrascht, dass die Märkte sich trotz dieser Gewinntrends so gut entwickelt haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Kurse, wenn die Kurse recht hoch sind, dass die Aktien entsprechend teuer sind für die abgelieferten Gewinne. Wie teuer sind wir dann im Vergleich? Genau, man kann dieses sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen. Da geht es halt darum, was bezahlt der Markt für die erwarteten Gewinne. Ich habe das hier mal so dargestellt, die vergangenen 20 Jahre. Die rote Linie ist für den deutschen Aktienmarkt und das graue ist für den US-Aktienmarkt. Da können Sie halt sehen, Herr Kessel-Loot beispielsweise, für den US-Aktienmarkt zahlen Sie mittlerweile das 22-fache der erwarteten Gewinne. Das gab es halt die letzten 20 Jahre nicht. Es gibt ja an der Börse den Spruch, man muss halt billig einsteigen, um dann teuer zu verkaufen. Also wenn Sie jetzt Aktien kaufen, Sie müssen sich bewusst sein, Sie kaufen die Aktien auf einem sehr hohen, teuren Niveau. Und das könnte bedeuten, dass wenn Sie jetzt US-Aktien kaufen, dass aufgrund dieser hohen Bewertung Sie auf Sicht von drei bis fünf Jahren damit keine Rendite erzielen werden. Allerdings gibt es immer noch wenig Alternativen. Anleihen, Immobilien auch sehr, sehr teuer. Was macht denn die Stimmung am Aktienmarkt momentan? Ist die auch auf Rekordlaune und kann man das messen? Das ist der dritte wichtige Faktor, auf den ich schaue. Das ist ein sogenannter Anleger-Sentiment. Man kann das auf verschiedene Weise messen. Hier ist mal so dargestellt, da geht es um die Optionsbörsen. Also man kann sogenannte Verkaufsoptionen kaufen, um sich gegen Kursverluste abzusichern. Und hier mal so dargestellt, immer wenn die graue Linie nach oben springt, halt viel Handel in Verkaufsoptionen hast, der Markt hat Angst. Also hier beispielsweise damals, als Trump gewählt wurde, eine große Unsicherheit oder davor dieser Handelskrieg. Und jetzt natürlich Corona. Also Corona, man kann schon sagen, wir hatten im März Panik an den Aktienmärkten. Damals waren die Märkte ja auch stark unter Druck. Aber jetzt, dadurch, dass die Notenbanken so stark eingegriffen haben, sind wir wieder auf Niveaus gefallen. Da spreche ich eher so von Sorglosigkeit. Also viele Investoren sind mittlerweile wieder sehr, sehr optimistisch. Und historisch ist es schon so, immer wenn wir diese Niveaus erreicht haben, das war so ein Signal, dass man anfangen müsste, so starke Aktienmärkte da Positionen abzubauen. Ich denke, das ist jetzt auch ein wichtiges Signal, dass man kurzfristig wahrscheinlich eher steigende Märkte zum Positionsabbau nutzen sollte. Das sind doch einige Warnsignale, die man nicht einfach übersehen kann. Wie kommt es denn dann, dass die Aktienmärkte trotzdem einfach weiter steigen? Also da haben Sie recht, wir haben halt schwache Gewinne, wir haben eine hohe Bewertung, wir haben schon sehr, sehr viel Optimismus im Markt. Wie kann es sein, dass die Märkte einfach so weiterlaufen? Und das ist halt der vierte wichtige Punkt. Ich schaue ja bei mir in dem Bereich Konjunktur vor allem auf die Notenbanken. Und da ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Indikator hier dargestellt, wie stark wächst eigentlich die Geldmenge. Also das müssen sich die Zuschauer auch vorstellen. Das ist so das Benzin, was da ist für den Konjunkturmotor, um zu laufen. Benzin, was da ist, um Kurse nach oben zu bringen. Und hier sehen Sie ja ganz gut, wir haben wirklich eine explodierende Geldmenge. Die US-Notenbank hat den Leitzins auf 0% gesenkt. Sie bekommen auch in den USA für Anleihen kaum noch eine Rendite. Und dieses Geld sucht sich halt jetzt die Wege. Also der Goldpreis ist auf dem Allzeithoch, die Aktienmärkte schießen nach oben. Und das ist für mich der alles entscheidende Grund, dass trotz dieser Warnsignale die Aktienmärkte sich so gut entwickelt haben. Kann es denn dann sein, dass die Rallye einfach weiterläuft, wenn die Notenbanken einfach alles überlagern? Also ich bin schon der Meinung, also normalerweise, ich würde sagen, das Ferienniveau des DAX ist so zwischen 10.000 und 11.000 Indexpunkte. Wenn man sich so Bewertungen anschaut oder Unternehmensgewinne, durch die Notenbankpolitik wird das hochgeschoben. Also ich würde schon sagen, so die nächsten Monate wird der DAX sich wahrscheinlich auf relativ hohem Niveau dann stabilisieren. Ich erwarte schon über 13.000, das sind so Niveaus, da ist die Bewertung hoch. Da könnte man schon Positionen abbauen. Und wer noch auf den Börsenzug aufspringen sollte, ich würde es nicht auf dem aktuellen Niveau machen. Ich denke schon, dass wir nochmal so unter 12.000 Punkte fallen werden. Vielen Dank, Herr Hörkamp, für diese Einschätzung und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, sehen wir uns gerne in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute bis dahin. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017